Guten Morgen! Der Herr hat diesen Tag geschaffen zu unserer Freude. Und wir haben die Gelegenheit, uns zu freuen, weil der Herr uns liebt. Und Gott ist gut. Ich habe vor kurzem diese Offenbarung bekommen. Ich habe es eigentlich immer gewusst. Aber vor ein paar Wochen habe ich abends viel nachgedacht. Und auf einmal bin ich in irgendwelche komischen theologischen Gedankengänge reingeraten. Und ich bin dann eingeschlafen und ich habe mich nicht gut gefühlt. Und dann wache ich auf. Und wisst ihr, wenn du morgens aufwachst, meistens ist dann der Kopf frei. Und dann hast du tagsüber wieder viel im Kopf. Und abends funktioniert der Kopf dann schon fast gar nicht mehr. Und ich vergleiche das immer gerne mit einer Mikrowelle, wo so eine Scheibe sich dreht. Und tagsüber ist da schon viel drauf. Und abends funktioniert das manchmal gar nicht. Aber wenn du morgens aufwachst, dann liegt oft ein guter Gedanke von Gott drin. Und Gott liebt es manchmal morgens einfach schon was Frisches in unseren Kopf zu legen. Und ich bin morgens aufgewacht. Und dort war nur ein Gedanke drin. Und Gott ist gut, freundlich. Und Gott ist gut. Und der Teufel ist böse. Und schlecht. Und mir wurde mir gut. Und dann habe ich verstanden, dass darin die ganze Theologie verborgen ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir uns daran festhalten. Gott ist gut. Und er liebt uns. Und der Teufel ist böse. Und er liebt uns nicht. Und wir müssen uns an Gott halten. Und nur dort wird unser Glück sein. Ich würde euch gerne ein paar Neuigkeiten erzählen. Wir haben bei uns in der Gemeinde ein paar alarmierende Neuigkeiten. Ich würde nicht sagen, dass es schlimm ist. Aber es bringt auch einige Sorgen mit sich. Und Grund zum Beten. Wir sind am Zweite vorgestern hergekommen nach Deutschland. Und am Donnerstag hat sich Folgendes bei uns ereignet in der Gemeinde. Unsere Gemeinde hat mehrere Gemeinden in anderen Städten. Eine in Beersheba. Und am Donnerstag haben wir dort eine Evangelisation durchgeführt. Und haben dort die armen Menschen in Essen gereicht. Und der Hauptrabi in Beersheba hat gleich ein Dokument geschrieben. Und hat das eingereicht. Und vier Leute sind verhaftet worden. Der Pastor. Его Sestru. Seine Schwester. Und noch zwei Jungs aus dem Rehabilitationszentrum. Und sie wurden bis zur Nacht im Polizeipräsidium festgehalten. Sie haben ihnen die Handys abgenommen. Sie durften nicht einmal ihr Telefonat machen. Obwohl das gegen das Gesetz ist. Und man hat ihnen den Paragraphen genannt. Man hat sie beschuldigt, dass sie mittels Bestechung oder durch das Essen halt versuchen, Leute zu einer anderen Religion zu überführen. Bei uns in Israel ist es nicht verboten, zu predigen. Aber es gibt zwei Dinge, die verboten sind. Man darf nicht Minderjährigen predigen. Nur mit Erlaubnis der Eltern. Und man darf keinen Juden in eine andere Religion überführen mittels Bestechungsgelder. Und wenn du das übertrittst, dann kannst du zwei Jahre Gefängnisstrafe kriegen. Und sie haben uns angeklagt, dass wir die Juden durch das Essen versuchen zu bestechen und in eine andere Religion zu führen. Nachts wurden sie dann alle freigelassen und haben ihnen fünf Tage Hausarrest gegeben und sie haben diese Angelegenheit dem Gericht überreicht. Und ich bin am Freitag weggeflogen. Und ich habe mich mit dem Pastor per Telefon unterhalten. Und sie sind guten Mutes. Und weil sie sagen, das war eine gute Organisation, die wir da gemacht haben. Und als die Polizei kam, um sie zu verhaften, da waren viele Leute da. Und die Leute haben geschrien, wir sind für sie und lass sie in Ruhe. Solche Ereignisse haben stattgefunden. Deswegen bitte ich um Gebet. Und wir wissen natürlich auch, dass alles, was geschieht, ist zur Herrlichkeit Gottes. Aber in diesem Jahr hatten wir verstärkt Probleme gehabt mit der Obrigkeit. Und am Anfang des Jahres haben wir so einen Eindruck von Gott gehabt, dass er möchte eine Erweckung schenken für Israel. Und das wuchs sehr schnell in unserem Herzen. Wir haben angefangen, dafür zu beten. Und ich habe bereits einen Plan gezeichnet für die Erweckung, wie sie stattfinden wird. Ich habe verstanden, dass wir das nicht selber können, dass das Gott tun wird. Aber einen kleinen Plan habe ich für Gott schon mal vorbereitet. Ich habe ein bisschen die Pfingstereignisse kopiert, übernommen. Ich habe angefangen, die Leute darauf vorzubereiten. Ich habe gesagt, Leute, seid gewarnt, falls irgendwas Unerwartetes passiert. Gott kann ganz auf plötzlich kommen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Und ich habe erwartet, dass das so kommen wird. Und dass viele Leute sich auf einmal bekehren werden und Massen kommen werden. Vielleicht tausend Leute werden sich gleich in Haifa im Meer taufen lassen. Mörtliche восkressen werden. Tote werden auferstehen. Aber ich glaube an diese Dinge. Aber die Erweckung hat irgendwie anders stattfinden. anders als ich geplant habe. Es fingen an, die Probleme und die Verfolgung. Und vor zehn Monaten haben wir eine neue Gemeinde aufgemacht auf den Golanhöhen. Und haben dort auch zwei neue Rehabilitationszentren aufgemacht. Einen für Männer, einen für Frauen. Das ist eine kleine Stadt. Und die Gemeinde fing aber an, sehr schnell noch zu wachsen. Und die Verwaltung, die Regierung dort, die örtliche war sehr gegen uns. Und wir haben das schon ein paar Mal erlebt bei uns in der Geschichte der Gemeinde. Und der älteste Bruder von dort hat mich angerufen. Und er sagt, die Polizei ist gekommen, viele Autos, Hubschrauber sogar über dem Haus. Das war etwas sehr ungewöhnliches gewesen. Und dann haben sie ihn zum Rapport gebeten. Und sie haben gesagt, wir wollen keine Christen bei uns in der Stadt. Also sprich, christliche Juden. Und ihr müsst aus der Stadt raus. Haben einen Tag Bedenkzeit gegeben. Und nach einem Tag haben wir gesagt, nö, uns gefällt es hier, wir bleiben. Ihr habt eine gute Stadt hier, uns gefällt es hier, wir bleiben. Und zum ersten Mal haben sie uns etwas ganz komisches Angebot. Meistens wurden wir einfach vertrieben. Und da sagt der Bürgermeister, komm, wir geben euch Geld dafür. Fahrt einfach nur weg. Wir geben euch 20.000 Schäkel, damit ihr einfach aus dieser Stadt verlassen. Nein, uns gefällt es hier. Das Geld könnt ihr uns gerne geben, aber wir werden dennoch bleiben. Und dann haben sie uns halt angezeigt und das Ganze im Gericht überreicht. Und es bahnt sich eine Gerichtsverhandlung an. Und wir hatten schon mal eine Gerichtverhandlung mit einer anderen Stadtverwaltung gehabt. Und dort hat uns der Herr einen Sieg geschenkt. So, solche Neuigkeiten habe ich zu berichten. Und Gott hat angefangen zu wirken dort. Aber nicht so, wie ich mir das erhofft habe, erwartet habe. Die Probleme haben gerade angefangen. Garnение. Und Verfolgung. Aber zur gleichen Zeit ist auch die Freude vom Herrn gekommen. Und es kam das Verständnis, dass gleich was auch geschieht in unserem Leben. Es hat eine Bedeutung in den Augen Gottes. Nичего не бывает случайно. Es gibt nichts zufälliges. Чтобы wir nicht проходили. Was wir auch durchleben. Это Божий Plan. Das ist ein Plan Gottes. Und es gibt immer ein Endziel. Чтобы wir sind wie Jesus. Damit wir Jesus ähnlich sind. Es gibt kein größeres Ziel. Und auch dadurch habe ich noch mehr verstanden, dass wahre Erweckung, wenn Jesus sich anfängt, in uns zu zeigen. Nicht irgendwie mystisch. Wie auf dem Berg der Verwandlung, wo die Heiligkeit Gottes kam. Нам иногда тоже хочется, dass wir uns in die Heiligkeit verwendet haben. Dass wir uns in die Heiligkeit verwendet haben. Dass wir etwas nicht so etwas wie nicht so etwas. Dass wir uns in die Heiligkeit verwendet haben. Und wir wollen manchmal gerne einfach, dass wir uns verwandeln und diese Herrlichkeit strahlen. Und dass wir da, wie Petrus und Johannes, das erleben dort. Aber Gott möchte in erster Linie, dass wir imstande sind, so zu leben und zu handeln, wie Jesus Christus das getan hat. Gott hat vieles Übernatürliches getan in unserem Leben und möchte es weiterhin tun. Aber in erster Linie ist sein Plan sehr natürlich für uns. Und es ist wichtig für uns, dass wir das beachten. Und ich denke, ihr seid damit einverstanden, dass das Zentrum unseres Glaubens ist, dass es die Persönlichkeit Jesus Christus ist. Wenn man fragen würde, gibt es etwas, was ganz wichtig ist in der Bibel, das Wichtigste? Dann sagen wir ja meistens ja, die ganze Bibel ist wichtig. Ich bin einverstanden. Aber es gibt etwas eminent Wichtiges. Etwas Zentrales. Und ich denke, das ist das Evangelium. Die vier Evangelien über Jesus Christus. Das ist wie die Achse, an der das Rad dran ist. Und wisst ihr noch, als Jesus drei seine Jünger mitnahm, Petra, Jakova und Anna, Petrus, Johannes, Jakobus, sie stiegen auf zum Berg. Und Mose und die Elia kamen zu ihnen noch dazu. Also das waren sechs Juden an einem Ort. Das war so ein Treffen gewesen. Und Petrus war sehr fasziniert von dem, was er da gesehen hat. Und er versuchte, so einen jüdischen Kompromiss dort herbeizuführen. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Juden Mose bedeutet. Das ist das Wichtigste, das Gesetz des Mose. Oder was Elia bedeutet als Prophet für einen Mose. Das war einer der Hauptpropheten gewesen. Und dann hat er gesagt, komm, wir machen das hier alles, damit es allen gut geht. Hier Mose, Elia und Jesus und das Gesetz und Jesus und alles zusammen ist gut. Und Gott der Vater hat da interveniert und hat gesagt, das ist mein Sohn. Nur in ihm ist mein Mohl gefallen. Und Proroki, Propheten und das Gesetz zeigen nur auf ihn. Es kann nichts, was neben der Persönlichkeit Jesu Christi stehen. Und Gott hat durch die Propheten oft selbst gesagt, aber in der letzten Zeit hat er durch seinen Sohn gesprochen. Und für uns gibt es nichts Wichtigeres als das Evangelium von Jesus Christus. Weil das ganze Alte Testament auf ihn verweist. Und alles, was nach dem Evangelium kam, das ist die Geschichte der Gemeinde, all diese Briefe, sie basieren auf der Lehre Jesu Christi. Und das Evangelium ist sehr einfach. Es ist sehr praktisch. Gott ist auf die Erde gekommen und hat sich in einfachen Dingen gezeigt. Er hat einfach nur geliebt, er hat mitgefühl empfunden, er hat mitgefühl empfunden, er hat wohl tätig und gnädig. Das ist etwas sehr geerdetes. Aber in Wirklichkeit ist das die Größe und Herrlichkeit seiner Kraft. Wenn wir verstehen, dass der Plan Gottes, dass wir Jesus Christus in einfachen Dingen zeigen, sehr einfachen. Manchmal sind wir so verlockt von dieser mystischen Suche. Natürlich ist Gott übernatürlich. Aber er möchte, dass alles, was wir von ihm empfangen, das Fleisch bekommt. Weil Gott auf die Erde kam und er wurde Fleisch. Damit die ganze Wahrheit, die wir empfangen, она стала частью жизни. Damit es zu einem Teil des Lebens wird. Nicht einfach nur eine Idee. Nicht nur irgendwelche Erlebnisse. Das geistliche Leben ist ein Leben. Und man lebt es. Das ist echtes, reales Leben. Und Gott versucht uns immer zu diesem Leben hinzuwenden, hinzudrehen. Damit wir uns nicht immer nur auf den Kosmos konzentrieren. Weil wir beten, möge dein Wille, wie er im Himmel ist, so möge er auf Erden sein. Und das ist der Ort, wo wir sind, wo wir handeln. Das ist die Erde, das sind einfache Dinge. Und alles, was mit uns im Leben geschieht, das ist der Plan Gottes. Damit wir Jesus Christus zeigen. Damit er durch uns Menschen lieben kann. Damit wir seine Werke vollbringen können. Einfache Dinge. Und manchmal erscheinen sie uns so klein und gering. Aber Jesus hat gerade darüber gesprochen. Und wenn Jesus Christus dann die Schafe von den Ochsen trennen wird oder Esel oder was das da ist, dann wird er von einfachen Dingen fragen. Habt ihr etwas zu trinken gereicht? Habt ihr die Kranken besucht? Und die Schafe werden fragen, wann haben wir das gemacht? Wann haben wir dich besucht? Aber er sagt, wenn ihr es irgendeinem der Menschen getan habt, so habt ihr es mir getan. Ich glaube daran, dass der Herr uns in so einen Zustand versetzen kann. Wenn er uns fragt, wenn er uns fragt, dann weißt du noch, wo du das und das gemacht hast? Weil wir das nicht absichtlich gemacht haben. Es war einfach nur unser Leben. Ich bin einfach so groß geworden, dass sie sich gar nicht mehr erinnern können, dass sie das getan haben. Das war einfach der natürliche Fluss ihres Lebens gewesen. Und deswegen alles, was mit uns heute geschieht, Gott führt uns an diesen Ort, wo wir einfach leben, und er handelt durch uns. Ich möchte gerne heute kurz über ein Erlebnis sprechen. Lasst uns Jesaja aufschlagen. 10. Stich. 10. Vers. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der der Stimme seines Knechts gehorcht, der im Fünsteren wandelt und ihm kein Licht scheint? Wir sehen also, es gibt Phasen im Leben, wo man auch nachts unterwegs ist. Man möchte gerne natürlich sagen, ja, das Christentum ist ein heller, leuchtender Tag. Das ist ein Sommer. Und wir alle fahren auf einen Kuraufenthalt. Aber es gibt ein Sommer. Und es gibt ein Winter. Und es gibt ein Tag. Und es gibt eine Nacht. Und das ist alles vom Herrn. Und es gibt Phasen im Leben, wo die Nacht sehr lange anhält. Hörst du, dass es um Gott nicht polärer Nächte gibt, wie das in Ordnung ist. Gott weiß immer die Zeit, die man durchleben muss. Aber man muss noch wissen, dass es Phasen geben kann, wo lange die Nacht anhält. Und es hat auch sein Ziel in den Augen des Herrn. Weil Gott uns gerne da durchführen, damit wir, wenn wir aus dieser Nacht rauskommen, wir могли быть sosträdatelnden. Wir могли lieblich und dass wir fähig sind, Menschen zu lieben. Und es fällt uns schwer, uns da dran zu kommen, wenn wir selbst das nicht erlebt haben. Ich hatte so eine ungewöhnliche Phase im Leben gehabt. Das hat fast ein Jahr gedauert. Und gerade als ich das letzte Mal bei euch war, war ich in dieser Phase gewesen. Ich war krank. Physisch war alles eigentlich in Ordnung. Aber ich hatte überhaupt keine Lebenskraft. Das hat ganz plötzlich angefangen. Das war, als ob mich komplett die Energie verlassen hätte. Ich konnte mich manchmal fünf Minuten mit einem Menschen unterhalten und dann bin ich fast in Ohnmacht gefallen vor Schwäche. Und ich musste dann ins Bett gehen und schlafen. Und genauso ist auch die ganze Freude gewichen. Ich lese die Bibel und ich verstehe sie nicht. Es hat mir schwer gefallen zu glauben. Und in so einem Zustand fangen an, viele Zweifel zu kommen. Und wir sind fast jeden Tag eigentlich von Zweifeln attackiert. Aber manchmal passiert es, dass du praktisch gar nicht mehr dem entgegenkämpfen kannst. Und ich habe alles versucht, um aus diesem Zustand rauszukommen. Ich habe aus mir Dämonen ausgetrieben. Ich habe verkündigt und bekannt. Ich bin vom Beruf von Berufs wegen Psychologa. Ich habe die richtigen psychologischen kniffe angewandt. Aber ich bin in diesem Zustand geblieben. Ich habe Sünden bekannt. Ich bin in diesem Zustand geblieben. Ich konnte aus dem Zustand nicht rauskommen. Ich konnte nichts daran ändern. Ich werde nicht die ganzen Dinge beschreiben, die passiert sind. Es gab sogar Momente, wo es mir schwer viel aufzustehen. Du liegst, du hast keine Kraft aufzustehen. Und du weißt, dass du vollkommen gesund bist, weil die Ärzte nichts finden konnten. Und du verstehst, dass du dich in einem komischen Zustand befindest. Und dann war es so, wie der Regen fängt an und der Regen hört auf einmal auf. Und auf einmal hat das Ganze aufgehört. Aber was können wir in diesen Phasen bekommen? Ich sage nicht, dass es bei euch passieren kann. Aber es können verschiedene Dinge passieren. Wichtig ist nur, dass wir nicht in Depressionen verfallen. Das ist ein sehr modernes Wort, ein sehr, sehr en vogue. Aber in Wirklichkeit ist die Depression eine falsche Reaktion auf solche Dinge. Was mit uns auch passieren mag, und wie schwer es uns auch fallen mag, wir können auch nicht in Depressionen fallen. In erster Linie müssen wir verstehen, dass so etwas mit uns passieren kann. Und wo es uns so erscheint, als ob unsere Glaube schon sehr klein geworden ist. Und wenn es uns schwer fällt im Leben. Und wir müssen verstehen, dass Gott so etwas zulassen kann. Das ist der 10. Psalm, ich weiß nicht, das ist der 11. Es ist der und im 11. Psalm steht, glaube ich, was tut der Gerechte, wenn seine Grundfesten erschüttert sind. Und da ist gesagt, dass in der Tempo in der Praxis striehen striehen und da steht geschrieben, in der Dunkelheit wird der Gerechte beschossen mit den Pfeilen von den Gottlosen. Dort ist vom Gerechten die Rede. Du kannst ein Gerechter sein, aber du kannst dich dennoch in der Finsternis wiederfinden. Und man wird dich beschießen. und Gott kann das alles zulassen in deinem Leben. Natürlich sind das Werke des Teufels. Aber warum lässt Gott das alles zu? Es passiert manchmal, dass du dem allen widerstehen kannst und es zerfällt alles. Aber manchmal ist es so, dass es auch eine lange Periode ist in deinem Leben. Und darin hat Gott auch seine Ziele. Gott führt uns da hinein, nicht damit wir da sterben, sondern dass wir rausgehen und damit sich in uns etwas verändert. Lass uns Jeremia 2 2 lesen. Gehen und predige öffentlich der Stadt Jerusalem sprich. So spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Braut Zeit wie du mir folgtest in der Wüste im Lande da man nicht sät. Schaut mal hier ist die Zeit einer besonderen Liebe zum Herrn. Für Gott war das eine besondere Zeit wo Israel zur Braut Gottes wurde und er Israel hinausgeführt hat in die Wüste hinein. Und wohin führt er Israel um zu seiner Nähe in die Wüste in ein leeres Land zu welchem Zweck um Nähe zu haben. Und es gibt so perioden im Leben wo man praktisch gar nichts mehr hat. Du fühlst Gott nicht. Du bist ausgetrocknet. Es fällt dir schwer. Und es scheint so die ganze Welt gegen dich. Und deine Seele in die Nacht versetzt worden ist. Und was tut man dann? Man geht. Du kannst nichts anderes tun. Du musst einfach nur gehen. So wie du kannst so sollst du gehen. Du musst es einfach durchleben. Du darfst einfach nur nicht stehen bleiben. Ob es dir schwer fällt. Und dein Glauben befindet sich praktisch bei Null. Aber du musst den noch gehen. Und du musst durch diese Nacht gehen, denn es gibt ja keinen anderen Weg. Es gibt eine gute Neuigkeit, gibt einen Eingang in die Wüste und immer einen Ausgang aus der Wüste. Und Jesus möchte, dass wir ihn kennen als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber er möchte auch, dass wir ihn kennen wie den Morgenstern. Und der Morgenstern wird auch genannt Aurora. Und im Nahen Osten kommt dieser Stern schon vor dem Sonnenaufgang. Der kommt im Übergang von Nacht zum Tag. Und dieser Stern ist so stark, dass man ihn mit der Sonne verwechseln. kann. Und Gott möchte sich uns unterschiedlich offenbaren. Aber ihr niemals als Aurora erleben, wenn er nicht durch die Nacht geht. Ihr könnt nicht am helllichten Tag diesen Stern sehen. Das ist eine besondere Nähe zu Gott. Und wenn Gott zulässt, dass der Mensch praktisch gar nichts macht. Und seine Seele wird ganz nichtig und arm. Und er hat keine Gefühle, keine Erlebnisse, die Ereignisse sind gegen ihn. Aber er geht aus den Letzten Kräften. Und das ist kostbar für den Herrn. Weil daran treue ist. Und darin zeigt sich Glaube und Liebe. Und leider gibt es im Christentum die Religion der glorreichen Staats. Es gefällt an der Startlinie zu stehen. Wir haben etwas gehört. Wir sind bereit uns zu weinen und uns hinzugeben. Wir sind sehr motiviert daran. Aber die Frage ist immer wer erreicht das Ziel. die Ziel gerade. Alles was wir sagen das hört der Herr. Und unser Fleisch möchte gerne immer am Start sein. Hier starten und dann starten wir dort. Und am Start gibt es schon so Empfangs Bankies. Wir starten alle ganz feierlich. Und wir versprechen es Gott. Wir weinen unser Leben dem Herrn aber das Fest ist eigentlich am Ziel. Und wer erreicht das Ziel? Wer sieht das Ziel? Aber Gott möchte noch jedes kleine Wort was wir sprechen dass wir bis zum Ziel gehen was auch passieren mag. Geistliche Dinge sind keine Sprint Disziplin. Es Marathon und muss Ausdauer haben. Und alles was wir sagen der Herr wird uns darin prüfen. Wir pro Chit выход aus Pustyne. Jetzt haben wir den Eingang in die Wüste gelesen. Jetzt lasst uns zum Ausgang. Das Hohelied Kapitel 8 Vers 5. Wer ist sie die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Schaut mal wie diese Geliebte aus der Wüste herauf steigt. Das ist so schön beschrieben sie steigt herauf sie steigt auf und sie steigt herauf nur indem sie sich auf Christus lehnt. Und wenn Gott uns in irgendwelche Umstände hineinführt man muss es durch leben. Aber was passiert wenn wir da raus kommen? Dann vertrauen wir nicht mehr auf uns selbst. Dann glauben wir nicht mehr unseren Kräften. Wir können nur rauskommen wenn wir uns auf ihn hängen. Und dann kommt so eine Sicherheit in Gott und ein Abstützen auf Christus und der Geliebte und das nur dann möglich wenn man aus der Wüste kommt. Ich möchte euch einfach nur motivieren. Ich möchte euch nichts Schlechtes sagen sagen ich möchte euch ermuntern wenn es irgendwelche schwierigen Dinge in eurem Leben gibt das ist normal Gott hat keine schlechten Kinder es gibt noch Kinder denen schlecht geht und er weiß es es gibt Dinge die man einfach neu durchleben aber das was ihr durchlebt ihr müsst wissen dass das zur neue stärkere intimität rein und es gibt Phasen im Leben wo man eine Offenbarung nach der nächsten von наполненного присутствия und wir sind erfüllt mit der Gegenwart und du spürst sein Geist und er gibt dir vieles aber es gibt Phasen wo du vielleicht gar nichts bekommst und Gott schaut wie wir in diesen Phasen dienen können gab so einen Propheten Samuel und als er noch ein kleiner Junge war und es steht geschrieben dass zu der Zeit das Wort Gottes nicht oft gesprochen wurde gehört worden und Visionen waren ganz selten aber Samuel hat dem Herrn gedient was auch passierte er kam in dem Tempel und die die den Glauben zeigt sich nicht nur in den Phasen der Erweckung sondern dazwischen weil irgendjemand muss im Tempel das Feuer am Brennen halten jemand muss jeden Tag am Opferaltar das Feuer entflammen und im Buch Leviticus steht geschrieben dass das Feuer die ganze Zeit brennen muss im Hause des Herrn Tag und Nacht und manchmal ist es Nacht im Leben eines Menschen im Leben der Gemeinde sogar im Leben von Nationen aber jemand muss durch diese Nacht durchgehen sie durchleben und das Feuer am Brennen halten natürlich lieben wir die Festmale Gottes und Gott liebt es uns sie zu schenken aber genauso müssen wir auch treu sein damit in der Nacht wir Priester sind und treu unsere Aufgaben erfüllen und das Letzte was ich sagen möchte wo wir uns auch befinden mögen müssen wissen dass Gott uns versteht er weiß dass wir schwarz sind und das Wort Gottes sagt wir haben so einen hohen Priester der unsere Schwächen verstehen kann er wurde in allem versucht außer der Sünde und wenn wir versuchen Gott zu erklären dass wir gerne sündigen möchten dann versteht er uns weil er uns die Kraft gegeben hat nicht zu sündigen aber wenn wir Anfechtungen durchwandern und verschiedene Schwierigkeiten dann versteht uns der Herr sehr gut weil er groß und herrlich ist und er wurde zum Menschen und er wurde uns gleich und er versteht uns jetzt ich erzähle euch eine kleine Geschichte ein Junge kam in eine Tierhandlung und er wollte sich gerne eine Welpen kaufen und der Besitzer hat gesagt geh schau da in der Box nach und da waren verschiedene Gattungen und er nahm sich und hat sich einen Welpen raus gesucht und der Besitzer hat gesagt das ist eine sehr teure Rasse und der Junge hat gesagt ich habe nicht genug Geld ich komme ein paar Tage wieder und dann hat er gesagt ja beeil dich aber weil diese Hunde werden sehr schnell verkauft und er hat gesagt meinen wird keiner nehmen und er ist weg gegangen er ist nach drei Tagen wieder gekommen und hat viel klein Geld auf den Tisch geschmissen hat drei Tage gearbeitet hat noch Geld dazu verdient hat irgendwo geholfen er hat auf jeden Fall diese fehlende Summe aufgebracht und hat gesagt gut dann hol dir deinen Welpen und der jungen nahm sich seinen Welpen und dann hat der Besitzer gesehen dass das der einzige Welpe war dessen Pfote beschädigt war und dann hat er gesagt Junge wieso nimmst du diesen Welpen das ist der einzige kranke Welpe in diesem Kasten er wird niemals mit dir laufen können er wird dir niemals den Stock bringen können und du wirst mit ihm nicht spielen können wie du möchtest und der Junge hat gesagt ich möchte gerne diesen Welpen ich habe mir ihn ausgesucht und er ist aus dem Laden gegangen und der Besitzer stand da und konnte es nicht nachvollziehen er konnte nicht verstehen warum das so passiert ist und als der Junge den Laden verließ hat sich gestoßen und seine Hose wurde auf einem bisschen höher und dann hat der Besitzer gesehen dass dieser Junge kein Bein hat er hat nur eine Prothese und dann wurde ihm alles klar und er hat diesen Welpen verstanden er war genauso schwach und er wollte gerade so ein Leben haben um ihm seine ganze Liebe zu schenken und seine ganze Sorge zu schenken und sein Fürsorge und das ist vielleicht ein sehr wilder Vergleich mit Gott aber der große und vollkommen Gott er wurde schwach und er versteht uns und er sucht gerade uns aus nicht das kluge und das starke er hat diese menschliche Schwäche selbst erlebt und er versteht uns immer und dann denkst du vielleicht ich würde mich selbst vielleicht nicht mal aussuchen aber Jesus sagt ich möchte den da haben und er ist aber nicht so stark und nicht so klug und er drückt ihn an sich und ich möchte ihm die ganze Liebe schenken und wo wir uns auch befinden mögen was mit uns auch passieren mag Jesus versteht uns und steht uns nah und er möchte dass wir durch diese nacht wenn sie bei irgendjemandem ist im Leben oder vielleicht gab es diese Phase in deinem Leben oder es noch kommen wird aber wir müssen wissen dass wir все преодолеем его сил dass wir alles durch seine Kraft überstehen können und aus jeder Situation werden wir rausgehen indem wir uns auf ihn stützen und wir werden noch eine größere Nähe zu ihm erleben amin lasst uns noch noch ein paar minuten und wir haben noch ein paar minuten vielleicht und wenn jemand diesen Zustand erlebt vielleicht steht ihr kurz vor einer Depression in eurem Leben oder ihr beobachtet dass euer Glaube sehr schwach geworden oder ihr seid müde in diesen Schwierigkeiten zu gehen ich möchte euch gerne ermuntern das passiert in einem christlichen Leben das passiert mit uns allen wir sind alle gleich wir alle treffen auf Zweifel und Versuchungen бывают трудные периоды und es gibt schwierige Phasen aber ihr müsst wissen es gibt immer einen Eingang und einen Ausgang und wenn ihr sogar heute Gott nicht spürt und ihr werdet und es kommt euch vor als ob ihr nur noch aus den letzten Kräften glaubt und ich möchte euch ermuntern was passiert mit Gläubigen weil viel Trübsal muss der Gerechte erleben im Reich und Gott hilft uns immer und es kann passieren dass wir ihn nicht spüren aber er steht uns dann viel näher in den Augenblicken wo wir ihn nicht spüren und das ist unglaublich aber wenn es uns sehr schlecht ist wenn unser Glaube ganz schwach ist dann ist uns Jesus gerade in den Augenblicken noch näher und er kontrolliert all unsere Handlungen und er hält die Finger am Puls und er weiß dass ihr das durchstehen werdet und er wird uns nicht zulassen dass ihr sterbt weil der liebende Vater und er trainiert seine Kinder aber er wird den Tod niemals zulassen weil nichts kann uns von der Liebe Christi trennen nicht die Gegenwart und nicht die Zukunft und eure Zukunft ist sicher und es gibt kein Recht dass euch trennen könnte von Gott wo ihr euch auch befinden bügelt sogar wenn der Glaube schwach sogar wenn der Teufel sagt du bist verloren aber du kannst sagen meine Zukunft ist jetzt bereits schon gelöst weil in Römer 8 heißt es die Zukunft kann mich nicht trennen vom Herrn deswegen sind wir gerettet durch die Hoffnung Jesus ist vorgegangen und wir sehen ihn nicht und es ist gut weil er dort ist unser Mann ist im Himmel und wir wissen dass er fürbitte leistet für uns das ist eine starke Hoffnung und er ist vorgegangen und er führt uns dahin und wer möchte der kann gerne nach vorne kommen und wir werden bitten ihr braucht euch nicht zu schämen eurer Schlecher ich habe euch von mir erzählt und wenn ihr versteht dass in eurem Leben jetzt Nacht ist dann lasst uns gemeinsam einfach beten und vielleicht wird es gerade heute enden vielleicht wird es auch nicht enden aber wir einfach noch mal stark werden im Glauben dass Gott uns rausführen wird und wie dunkel die Dunkelheit auch sein mag sie wird niemals das Licht umschlingen können und wie dunkel und wie schwerer es ist und wie schwerer es ist dann wirst bald kommt der Morgenstück und ihr werdet begeistert sein und ihr werdet begeistert sein und ihr werdet niemals so begeistert wenn ihr nicht durch diese Nacht gegangen werdet deswegen können wir beten ich werde beten und wer möchte kann gerne nach vorne kommen Vater wir danken dir dass du ein liebender miloserdner dass du ein gütiger und ein menschenliebender und du schaffst den Tag und du läßt die Nacht zu und du bist der Herr des Weltalls und alles ist unter deiner Macht und die ganze Welt ist bei dir geschaffen worden und die ganze Welt ist für dich geschaffen worden alles die Herrschaft und die Obrigkeit wir 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 sind zu deiner Herrlichkeit geschaffen und wir wissen dass alles was mit uns passiert das ist dein Ziel dass deine Herrlichkeit gezeigt wird und wir danken dir dass du uns erwählt hast und du hast uns gefunden nicht wir haben dich sondern du hast uns gefunden du hast uns zuerst geliebt nicht wir dich und du hast in uns das gute Werk begonnen und du wirst es zu Ende bringen und wir wissen dass du ein treuer Gott bist und was mit uns auch passieren mag und was für eine Nacht um uns herum auch sein mag und wie unser Glaube auch schwach sein mag wir können gehen wir können gehen aus den letzten Kräften und du hast uns so geschaffen fähig Tag und Nacht zu gehen und alles zu bewinden durch deine Kraft wir schauen auf dich auf den Bezimmern auf den Vollender unseres Glaubens des Herrn Jesus Christus wir bedanken dir für alles einen Roland das Wort подasselt unseres Glaubens